Ich freue mich, dir den Malort Wetter vorstellen zu können. Ein Ort, in dem jeder seine Kreativität wiederfinden kann. Auch du. Hallo, ich bin Heike. Ich bin hier in Wetter geboren, lebe auch hier mit meiner Familie. Und meine Malort-Ausbildung habe ich in Paris gemacht bei Arno Stern. Meinen Malort gibt es seit 2018 hier in Grundschöttel in der Wohnanlage im Heikenbach. Der Malort ist ein geschützter Raum, auch wenn wir unter Corona-Bedingungen das Fenster zum Lüften immer offen haben. Ich liebe es, mit dem Malort einen Ort zu schaffen, in dem andere Regeln gelten als sonst in der Gesellschaft. Ohne Leistungsanspruch, ohne Kritik, ohne Vergleich, ohne Zeitdruck und auch ohne künstlerischen Anspruch. Hierher kommst du, um frei von Bewertung zu malen. Du malst einfach, was dir in den Sinn kommt. Es ist wie beim freien Spiel. Alles ist möglich. Du kannst fliegen, hast super Kräfte. Hier kannst du nichts falsch malen, weil es keine Erwartungen an dich gibt. Hier im geschützten Raum kannst du dich trauen, ganz klein anzufangen, dich trauen wie ein Kind zu malen. Und so können große und kleine beim Malen über sich hinaus wachsen. Vielleicht lernst du etwas kennen, von dem du gar nicht wusstest, dass du es vermisst. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020